Und das wird heute mit Sicherheit ein sehr wichtiger Schlag für Patrick, wo dieser Gegen-Topspiel-Aufstark von Patrick oft gespielt wird, die eher schwächere Seite dann ist. Ist natürlich auch mittlerweile ein ganz klassisches Element, was jeder Topspieler beherrscht. Sehr stark. Weil natürlich genau das immer wieder attackiert. Der ist gerade noch. Ich denke, der war nicht... Stark eigentlich noch Position 2, so wie man am Tischtenner sagt, einnehmt ein bisschen weiter hinten. Und dann ist er echt stark. Aber bisher eingestellt hat und so wie du schon gesagt hast, es ist nicht so einfach. Ja, auch wieder jetzt in der hat. Deswegen ist es nicht so einfach für Hugo. Man merkt einfach, im ersten Satz hat er noch extrem große Probleme sein. Wenn er das so machen kann, der sicherlich dominierende Spieler. Sieben Satzbälle. Hier im TTBL-Finale. Und den ersten nutzt er gleich. 11 zu 3. Setzt ein Ausrufezeichen. Das wird er auch mit Sicherheit jetzt öfters auch spielen. Stärk. Sehr stark. Sicherlich kein ganz einfacher Ball. Aber das ist so wirklich, wie es in dem Technikleitbild des DTDB beschrieben wird. Ganz sauber in den Ball gegangen. Die kurze Vorhand so zu machen. Ja, er hat ein paar Optionen. Er hat sicher die Optionen. Er war halblang gewesen. Hugo hat im ersten Satz da öfter seine Probleme gehabt. Und jetzt hat er aber, glaube ich, in der Vorhand... Ja, und jetzt hat er das Versuch mit dem Gegenläu... Schlag halblang und ein bisschen hoch auch rausrutscht. Das Tor zum Finalanzug für die TTF League per Oxenhausen. Ganz weit aufgestoßen. Gut platzieren und vor allem den ersten Ball danach treffen. Ja, dieser Ball jetzt, der ist wichtig für ihn. Ja, er wird ihn lang. Diagonale, wo Hugo Calderana erwartet. Wieder seine Schwierigkeiten. Der Ball kann ihn wieder zurückbringen im Spiel. Definitiv. Wieder Rückschlag. Der Rückschlag. Der Rückschlag. Der Rückschlag. Der Rückschlag. Der Rückschlag. Der Rückschlag. Immer seine zwei Punkte durchzieht. Zu bezwingen. Das vierte Mal. Das ist tatsächlich eine ganz, ganz große Schwierigkeit hier. Unbedringt achten. Das ist man durch eine Rückhandbanane, die er selbst spielt. Vor den. Vor. 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 Da muss man mit Sicherheit definitiv und auch besser dran gearbeitet werden, auch mit den Aufschlägen die Punkte zu machen. Vor. 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 Diesmal war er bereit. Die Hand war oben. Und der Weg zurück ist dann für ihn schwieriger. Ja. Vor. 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 calderano in tic mehr jetzt an vorne wieder anspielen an der patrick noch seine probleme hat doch eher ein spieler der da extrem groß wieder im spiel angekommen zu sein der arena zu kontrollieren der aufschlag war nichts zu hoch attackieren zu können wichtiger punkt noch mal dran zu bleiben oder hat er sozusagen eigentlich den ball liegen gehabt und er hat die beidhändige rückhand eingeführt huo calderano das hat er ja so ein klein wenig aus der großen sportart oder aus dem großen bruder des tischstands aus dem tennis entliehen wir haben sie noch mal gesehen aber toll reagiert von patrick franzes gut aufgepasst hohes risiko da ist und diesmal hat er nicht bei zehn beide und diesmal ist er da gewesen hat jetzt auf diesen rückhandflip gewartet ganz gut gespielt eigentlich von huo calderano hier eine alt etwas noch in den knochen stecken bleiben das nicht zu schnell weg geht im vierten satz vielleicht auch mal lang zu spielen dann wieder rückschlag kurz kommt man versucht es wieder kurz kurz man machen kurzen rückhand macht wieder der aufschlag ist eigentlich zu hoch gewesen der war besser mit unterschnitt auch die auf halblang mit der vor und rückhand an sieben zu vier zwei zwei ganz schwer zu schwer ganz schwer zu sagen ich hätte direkt gesagt hätte außen gewesen hockei genau punkte in reihe stadt sehr gut gespielt und das hat nicht viel gefehlt aber diesmal und wieder ja ich muss mal sagen war vielleicht etwas überrascht von dieser beidhändigen rückhand sein jetzt satz nummer fünf aufschlag hugo calderano etwas zu entschärfen dieser brücken und den tdf liebherr ochsenhauer ein alternativ auf jeden fall sein jetzt jeder 0-2 bei eigenem aufschlag calderano jetzt 0-3 4 1 2 1 2 2 3 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 5 5 5 2 3 2 3 2 3 4 4 4 und da hat er wieder zumindestens diesmal hat das gemacht diesmal hat er auch gewartet hat diese ruhe gehabt von der du auch immer wieder gesprochen hat und hat sich jetzt da ja